hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ja wieder sonntag und mit der update also samstag 20 uhr das jetzt samstag guckt ja ich habe hier noch die letzten sechs filme ich drehe es tatsächlich alle drei videos an einen tag und für mich sind wieder nur paar sekunden vergangen 10 vor 50 in zwei teile habt ihr dann wahrscheinlich schon sehen und jetzt das dritte video das ist jetzt der letzte rest mehr habe ich auch nicht der letzte rest vom schützenfest sagt man ja dann habe ich nicht mehr also es sind auf jeden fall ein paar coole titel dabei wir haben einmal cape light wir haben zweimal cmv zweimal nsm und einmal universal mit dem spiel film also diese woche sehr interessante filme dabei habt ihr natürlich dann schon am fan gesehen und wahrscheinlich habe da deswegen auch drauf geklickt ja der letzte rest wie sagt jetzt dann habe ich erstmal nichts mehr aber ich habe jetzt dann wird der zeit zum sammeln weil ich habe jetzt quasi drei ausgaben abgedreht ich hätte jetzt auch gar nicht so viel ich hätte jetzt nur diesen stapel weil die 10 vor 50 war eigentlich nicht geplant aber von fuffi von fuffi die zehn filme musste ich mitnehmen ja und wenn man die im laden gekauft hätte da hätte man ja locker 120 130 euro verloren wenn alleine wie ist der wire room 18 euro oder so noch kostet meine fresse so dass ich nicht wieder zu lange rum quatsch wie in den letzten videos habe ich es ja auch nicht gemacht fangen wir an mit einem update und zwar den ersten den ich gekauft habt ja ich bei amazon gekauft den hatten sie auch immer bei müller ihr habt bei saturn mediamarkt nicht die wollen ja nichts mit spio zu tun haben also spio.k film nein nein weil wenn der indiziert wird da sitzen die auf die ware ich weiß nicht wie müller das macht aber da kann man immer spio filme kaufen bei müller wie jetzt ebola syndrom könnte auch kaufen habe ich mir bestellt der wird vielleicht im nächsten update kommen ja weil für amazon und die 35 euro ich bei müller hingegen natürlich war er nicht da so natürlich auch nicht in ihr lager wir haben sie aus einer anderen filiale bestellt für mich geil geil habe ich den für 17 99 was immer noch eine hausnummer ist natürlich mit zehn prozent ich habe auch noch diesen zehn prozent kupon vom geburtstag bekommen in der müller app ja nehme ich den dafür da habe ich dann 16 euro oder so ich habe den auch noch nie gesehen aber es soll wohl ziemlich krasser film sein bevor man da gar nicht mehr rankommt ihr wisst dieses bio film ja jetzt fangen wir an das ist ich habe gesagt ich quatsch nicht so lang und den ersten film den ich hier habe ist die werden die wenigsten kennen nämlich mal an death race energy hier spio.jk geprüft keine schwere jugendgefährdung ich finde es auch cool dass universal immer den weg zur spio geht wie jetzt auch bei the text collector haben sie auch den weg zur spio gemacht weiter keine freigabe bekommen hat ja hier natürlich der vierte teil mittlerweile der death race reihe wo ich dazu bis jetzt standpunkt jetzt sagen muss ich habe noch gar keinen teil gesehen ich habe mir vor graumer zeit mal den ersten teil geholt das ist aber schon also ist auf jeden fall schon eine zeit lang her wo ich den ersten teil geholt habe mit jason statham ist der ja soll richtig geil sein und dann gab es natürlich diese fortsetzung gibt es auch alle von nsm im media book als ein media book oder vier media books und den zweiten teil gab es auch von universal als bio der ist relativ schwierig zu bekommen beziehungsweise eigentlich gar nicht mehr da kommt man gar nicht mehr an andere way ich hoffe dass nsm dann noch mal eine ausbringendes bio hoffentlich ich kann es ich weiß es nicht aber ich hoffe und ja ich habe teil 1 in der sammlung und jetzt teil 4 inferno den kriegt der an cut ab 18 wie auch teil 1 an cut ab 18 nur die zwei und die vier da die fsk sagt nein nein ihr kriegt da keine freigabe das können wir nicht machen ja deswegen habe ich mir den schon mal sichert kam jetzt auch nur für uns biofilm und über amazon natürlich der all wollte mein ausweis sehen aber hat alles geklappt ich wusste ja noch die problematik vom letzten jahr mit dem ausweis nein nein wir können den film nicht geben dein ausweis ist abgelaufen weil ich meine das geburtstatum ändert sich ja auch also ihr habt das ja auch ja also wenn der ausweis abläuft natürlich seid ihr die person nicht mehr das bild stimmt nicht mehr und das geburtstatum ist ja auch alles alles also das geht ja nicht mal ich meine wenn man neuen ausweis macht dann hat man ja neues geburtstatum deswegen kommen können sie einen den film ja nicht übergeben und also mal gucken wie ich an den zweiten teil ankommt der dritte war mir ein bisschen zu teuer 15 euro ich muss auch mal gucken wo ich den ersten stehen habe vielleicht gucke ich mir den schon mal alleine an aber ich hätte gern alle gesehen aber der zweite da kommt man eigentlich gar nicht ran muss ich ehrlich sagen ja hier habe ich bezahlt 11 euro 98 ohne versand weil sie 18 und dieser roten hülle für im fall cool ja auch original verpackt und den hatten sie auch mal müller für 15 euro ja hatten es aber dann nicht mehr ist ja schon zur zeit her wo daraus kam 2018 also ich bin mal echt gespannt ob da wirklich so brutal ist dass dennis biojk bekommen hat also ach das kann ich mir gar nicht vorstellen aber mal schauen da kommt auf jeden fall dann entweder habe ich schon gedreht oder drehs noch in der zu hart für deutschland zu hart für deutschland diese filme sind zu hart für deutschland das video der erste teil da ging ja richtig gut ab also 1300 euro hätte ich jetzt nicht gedacht natürlich kommt dann noch ein zweiter teil muss aber erst die filme zusammensuchen und ich glaube mehr als den zweiten teil gibt es gar nicht weil so viele filme gibt es auch nicht mal die jetzt ja entweder indiziert beschlagnahmt sind oder keine freigabe in deutschland bekommen haben ja so das war der erste das ist der phrase energy ja der vierte teil der der phase reihe so dann habe ich am letzten video ist hat ich war noch bei saturn und müller da machen wir mit müller weil saturn war es nur ein film da machen wir mit müller weiter und zwar den ersten film den ich mir gehört habe war relativ schwierig zu bekommen eine zeitlang relativ schwierig weil der film war out of print also ihr seid an dem film nicht mehr rangekommen ich weiß auch jetzt nicht von welchen label da war hat jetzt nsm noch mal neu rausgebracht bin ich sehr sehr froh ne von warner war da nicht weil nsm hat auch ein paar filme von warner rausgebracht und da hieß es doch immer das ist so schwierig mit denen zu verhandeln oder filme rauszubringen aber die bringen oft welche jetzt hier mit play und da war es ja groß angekündigt wie jetzt vor allem down aber hier hat nsm öfters immer media book hast und aber zeitnahmere eine mra aber immer 15 euro und das wort nicht billig also könnt ihr wirklich zum release kaufen deswegen kaufe ich die immer und ich kaufte halt bei müller weil ich da diese zehn prozent halt noch krieg von diesen rossmann kupon als sport mal erwähnt sind 1 50 also für die zwei habe ich jetzt auch wieder drei euro gesport und kann man ja machen genau und zwar im film mit charles bronson da habe ich auch mal angefangen zusammen aber aufgehört weil es viele gibt die kriegt man nicht mehr dass auch der zweite teil von der fisch der immer noch indiziert ist meine ich oder beschlagenen also ich glaube indiziert der hat haben sie mich hier nsm auch rausgebracht mit spiel oder ohne ich bin da gar nicht sicher weiß dass noch der vergewaltigungsszene gab und das hat die fsk nicht zugelassen haben den zweimal versucht einzustufen und nee haben sie sagt also das geht nicht ja schorts bronson der mordanschlag die haben schon mal so ein mit schorts bronson rausgebracht da ist irgendwie in schnee der habe ich auch noch nicht gesehen relativ spannender film so wie es sich anhört von dem man gar nicht so wenig hört also eigentlich gar nichts und deswegen ist auch gut dass man die immer hier zeigt nach der wahl von kevin quake zum us-präsidenten wird geheim erkennt jay clean beauftragt die sicherheit der first lady also charles bronson wird beauftragt die first lady zu beschützen das secret service agent steht kurz vor der rente als auch schon älter und hat bereits präsidenten wie nixen und was weekend beschützt so dass er mit reichlich erfahrung aufwarten kann der gegenseitige abneigung zwischen leibwächter und schützling erleichtert die ohnehin schwierige aufgabe keineswegs lara setzt sich alle bestimmungen hinweg und auch dann noch als bereits klar ist dass hier jemand nach dem leben trachtet ja doch wer steckt hinter dem mordanschlägen ein wettrennen gegen die zeit beginnt also ziemlich geil spannend an cut und geschnitten 88 minuten ab 16 ob da mal ab 18 war ich weiß nicht also die andere auflage war auch ab 16 geil also ich finde nsm die bringen geile filme aus klar die bringen auch halloween 2 ab 16 ausgeschnitten wo ich sage hier seid ihr deppert weil warum macht man sowas also und oder was haben sie noch rausgebracht haben wir auch mal geschnitten naja wie gesagt das war der erste bei müller im zweiten auch von nsm will behoff dev wie sagt die kriegt auch alle von 50 euro bei amazon wenn du die kaufen wollt ist ein film mit michael dutikoff den auch kein schwein kennt ich habe jeden so immer gefragt ne kenne ich nicht kenne ich nicht spielt wohl auf so einer insel und die sind dann mit dem floß unterwegs und so trailer gab es da nicht hier ist original teil also jedenfalls auf youtube michael dutikoff bin ich der meinung habe ich kein film in der sammlung aber auch kein für mich sehen bisher muss ich ehrlich sagen muss mal gucken was der noch so gedreht hat aber ich finde auch das cover ich finde die haben immer geile cover also nsm sucht sich da echt immer die schönsten auch auch immer diese zeichneten die es bei media book gibt gibt wie jetzt auch bei fremde schatten den habt ihr ja gesehen ja der habe ich ja euch schon mal gezeigt geil also das cover auf jeden fall geil machen sie gut so das war der also river of death wie sagt vielleicht kennt ja irgendjemand schon die film kann irgendwas reinschreiben dann den dritten film den ich mitgenommen habe war relativ teuer ja aber ich sag gleich warum und zwar mondo kannibale ist von cmv hier um steht es auch ja das sieht aus wie cttv cmv hier mit sicherheits ding und zwar mondoc habe ich schon gesagt mondo kannibale ist so ein kannibalen film in inferno grausamer sexual ritten habe ich damals gesehen dass da neue prüfworte nur neu rauskamen naja nimmst du mal mit aber da wird nicht billiger also ich habe jetzt ja durch wie gesagt die könnte immer noch die zehn prozent abbrechen also 16 euro 19 habe ich bezahlt ihr bezahlt bei amazon 20 euro also das ist wie im ebola syndrom die sind schweineteuer genauso wie manik 2 oder muttertach die kosten um die 20 18 bis 20 euro also das ist mir dann zu teuer und dann nehme ich die doch mit weil die waren schon ein bisschen seltener irgendwie also auch muttertach oder manik 2 nimmst du mal immer mit und ja es ist so ein kannibalen film wie soll man gucken hier auch mit brüste mal sehen wie der ist also glaubt 93 minuten und war wo immer glaubt auf dem index und jetzt ja durch cmv anka draußen kommen natürlich sehr geil wie ich finde ihr seht auch diesmal habe ich ein bisschen mehr zu reden wie nicht wie in die letzten beiden videos weil ja da konnte ich ja fast gar nichts über die filme sagen so da haben wir noch zwei filme den film habe ich mir in saturn bestellt das war auch lustig da habe ich geguckt also das ist jetzt nicht von meiner kamera so unscharf das ist das bild wahrscheinlich gab es das nicht schärfer cmv hat den film schon mal als media book raus gebracht wollte ich mir auch kaufen den cover aber irgendwie war es dann schnell weg habe ich natürlich die emma genommen da kostet den müller 18 euro 17 99 selbst mit zehn prozent waren wir da so bei 16 20 ich habe den saturn bestellt für 15 99 ich bin im saturn da und was ist der film ist da für 14 99 da habe ich den nicht abgeholt ich habe eh bezahlte markt gemacht habt ihr nicht da mitgenommen ich meine hier für 14 99 kann man nicht meckern denke ich mal habe ich den somit genommen also drei euro gespart quasi unter ein euro im saturn gespart ja the boys next door ich bin mal gespannt wie das ist also ich denke mal da wird auch ziemlich geil habe ich auch noch nie so was gehört von charlie chain über den film so und der letzte film der ist noch für amazon hier habe ich mir mal irgendwann irgendwo mitbestellt und zwar so hört schon die disk ist schon locker das original von the crazies george romero das remake kennt wahrscheinlich die meisten das finde ich auch geil ich habe das original nie gesehen viele sagen es ist langweilig weiß ich dich ich habe noch nicht gesehen aber den gab es ja auch im media book aber jetzt hier da kamen 6 euro 50 6 49 da wie sagt mit also das ist ja ein super preis 6 euro 50 da kann man nicht mehr kann so von 73 ist der und da gibt es ja dieses remake das auch out of print schon ich habe den aber auch ich finde das cover auch geil könnt ihr mal auf euch wirken lassen also ich finde das hat was ja hier auch in einer geilen schwarzen hülle gleich kann ich gleich so lassen und bin mal spannend wie das gleich gucke ich den noch mal und dann das remake aber auch mal sehen ja das war es schon wieder fürs update das waren die sechs filme ich finde sind ziemlich geile filme dabei also jude crazy's the boy next door boys next door von denen ich vorher noch nie irgendwie was gehört habe ja jetzt wo irgendwie die kamera aussehen muss ich zusammenschnippeln bitte aber wie gesagt jetzt zum schluss kommen wir noch die boys next door monto kann die ball die habe ich ja geholt rüber auf der mordanschlag und def race also wie ich finde ein paar richtig coole filme gekauft und könnt ihr mal was schreiben zu die firmen passt gar nicht so alles aufs bild auf jeden fall cool cool und da ich auch wieder was zu sehen und jetzt bin ich erst mal drohe ich jetzt habe ich alles gedreht also alle firmen die ich gekauft habe als update und ja schreibt was und rein würde sagen bedanke ich mich fürs zusehen wir sind zum nächsten video bis dann und ciao